Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir feiern Karneval. Ich gehe auf eine Veranstaltung zu meinen Enkelkindern und deren Freunden. Die sind in der dritten, vierten Klasse, auch fünfte Klasse und spiele vor ihnen den Grammatik Zorro und werde sie ein bisschen testen. Diese Übung habe ich dann auch für sie zurückgehalten. Wir sind im Kapitel Deklination. Ihre Aufgabe, deklinieren sie bitte. Die Lücken dieses Textes richtig. Die Lösung werde ich Ihnen im Beschreibungsteil nachliefern. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und sage Ihnen Tschüss bis zur nächsten Übung. Nun breche ich auf. Ich gehe los zu den Kindern. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017